Herzlich willkommen meine Damen und meine Herren zu Mick Knaufs Daily heute zur Wochenmitte. Ja, der DAX ist ja dann mal wieder unter Druck gekommen und wer ist schuld? Ja logischerweise Donald Trump in den Vereinigten Staaten. Ja, dass ein Außenminister jetzt gehen muss, Rex Tillerson, hat ja mehr oder minder auch schon fast freiwillig seinen Hut genommen und dafür Mike Pompeo, ein ehemaliger CIA-Mann kommt. Ja, das entspannt natürlich die Situation aktuell mal überhaupt nicht in den Vereinigten Staaten, weiß man doch gerade von Mike Pompeo, dass der hierher dann doch eine härtere Gangart einschlagen könnte, ganz im Sinne von Donald Trump vor allen Dingen, wenn es jetzt um den großen Bereich der sogenannten Strafzölle geht. Naja und da hat man ja jetzt schon von chinesischer Seite aus auch schon gewarnt und gesagt, wenn wir mit Strafzöllen verhängt werden, werden auch wir eigene Maßnahmen ergreifen. Ja, das Thema Handelskrieg, das wabert natürlich ganz klar momentan mit durch die Handelssäle und tut natürlich der Stimmung ganz klar nicht gut. Deswegen der DAX auch mal gerade über der Marker von 12.200 Punkten und auch die Wall Street hat ja gestern wieder etwas abgebaut, liegt ja gerade mal um die 25.000 Punkte der Dow Jones. Also wie gesagt, das große Thema Handelskrieg, das überdeckt momentan dann doch ganz klar das Geschehen an den Börsen. Das will letztlich keiner, aber wenn Donald Trump tatsächlich hier natürlich das durchzieht, was er sich vorgenommen hat, ja dann könnte es tatsächlich gerade für die exportlastigen Länder zu großen Schwierigkeiten kommen. Ja, schauen wir mal heute auf die Zahlen. Wir hatten heute Zahlen von Adidas. Sportlich, sportlich. Die Herzogenauracher, die Aktie läuft ja gerade seit dem Jahr 2016 wirklich ganz, ganz hervorragend. Heute mal wieder angekommen bei der Marke von 183 Euro. Muss man aber auch fairerweise sagen, Adidas hat gute Geschäfte gemacht, hat ordentlich Gewinn gemacht, ordentlich Umsätze gemacht. Der Gewinn alleine um 32 Prozent nach oben gelaufen auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Und ganz zur Freude der Aktionäre gibt es nicht nur ein eigenes Aktienrückkaufprogramm. Nein, auch die Dividende wird erhöht auf 2,60 Euro. Und da schauen ja viele Aktionäre nach. Gerade der große Themenbereich Dividende ist ja und wird ja dementsprechend auch immer wichtiger. Das sind ja die neuen Zinsen, die man sich hier tatsächlich über die Unternehmen abholen kann, weil es über die Banken ja dementsprechend keine mehr gibt. Ja, wer die ganze Zeit natürlich etwas unter Druck liegt, das ist die Aktie von ProSieben Sat.1. Naja, die müssen ja nächste Woche den Leitindex, den DAX verlassen. Ja, da wird man in den AppDAX absteigen. Und dann kommt es natürlich dann darauf an, wie viele Fonds zum Beispiel den kompletten DAX abgebildet haben. Und die müssen dann logischerweise die ProSieben Sat.1 Aktie auch verkaufen, weil sie halt eben nicht mehr mit zum DAX gehört. Und das bringt natürlich nochmal zusätzlich Druck auf die Aktie von ProSieben Sat.1. Zusätzlich zu Beginn der Woche, habe ich Ihnen am Montag schon gesagt, gab es auch noch eine Verkaufsempfehlung der Schweizer Großbank UBS. Die sehen das Kursziel für ProSieben Sat.1 nur noch bei 24 Euro. Naja, und zusätzlich haben wir ja dann noch die beiden Versorger gehabt. Die haben ja am Wochenende mit neuen Nachrichten aufgewartet. E.ON und RWE. Ja, da steht ja in der Mitte noch Innoji. Innoji soll jetzt mehr oder minder dann verschwinden. Und die beiden großen RWE und E.ON werden sich dann den deutschen Strommarkt aufteilen. Ja, das hat bei Zeiten sogar für Begeisterungsstürme gesorgt. Die Aktien teilweise 8, 9 Prozent im Plus. Klar, meine, man versucht natürlich auch hier so ein wenig, ein bisschen Monopolstellungen zu erreichen, damit halt eben gerade ausländische Fremdanbieter im Strom, im Energiemarkt nicht unbedingt nach Deutschland hineinkommen. Da versucht man sich natürlich auch ein wenig abzuschotten, um in Deutschland halt eben ganz klar natürlich die Marktmacht zu erhalten. Aber, wie gesagt, das kam bei Zeiten gut an. Die RWE-Aktie auch heute mal wieder mit einer der Top-Gewinner mit knapp 3,5 Prozent ist man da dementsprechend nach oben gelaufen. Ja, wichtig für uns diese Woche noch der Freitag, der auf uns zukommt. Da haben wir ja nochmal dann einen Börsengang, ein IPO. Die Healthineers von Siemens kommen ja an die Börse. 4,6 Milliarden Euro soll der Börsengang ja groß sein. Dann wäre er also mit einer der größten in Deutschland, da darf man sehr gespannt drauf sein. Und natürlich am Freitag dreifacher Verfallstag, sogenannter Hexensabbat. Da könnte es dann doch nochmal etwas unruhig werden. Und ich werde natürlich für Sie dann am Samstag in München auf dem Börsentag sein. Wie gesagt, werde dort auch mein neues Werk, mein neues Buch mitbringen, was ich Ihnen dann dementsprechend präsentiere, gegen meine auch gerne unterschreiben werde und stehe Ihnen natürlich den ganzen Tag für Ihre Fragen zur Verfügung. In diesem Sinne, vielleicht, wenn Sie Lust haben am Samstag, kommen Sie nach München auf den Börsentag. Ich würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, einen guten, einen schönen, einen erfolgreichen Handelstag an Sie.